LoL! Yay, Morala Support! Fühlt sich gut an. Plus Rap for you, nice. Ja, das wollte ich hier in den Teamjet schreiben. F**k you. Oh mein Gott, meine letzten zwei Kills, f**k. Ja, nein. Wo gehst du hoch? Ja, gehst runter. Ja! Hinter dir kommt doch jemand. Ja, da hat der Typ. Oben... Ah doch, oben ist jemand. Rechts, glaub ich. Rechts. Ja. Aber wir sind doch um die Ecke. Ja, die Bombe, oder? Ja, da. LOL! LOL! Oh mein Gott! Gott! Was ein Arschloch, Mann! Was ein Arschloch! Ich stelle die Trier-Tier-Tour mal hier neben den Himmerstein. Die Trier. Trier. Hält der Baum nicht in den See? Oh. Nein, äh! Ah, ne! Ich bin ein absoluter Vollidion. Das stimmt. Was hast du gemacht? Was passiert? Ich brauche eine neue Melone. Hast du sie gegessen? Oh mein Gott, du hast die Melone geschenkt. Dein Schenken musste man nehmen lassen ja auch, aber... Hast du sie gegessen? Ich glaub das heißt ja. Ich hab die Melone gegessen. Äh, Elia, wir gehen in die Mine, oder was? Jo, Leute, guckt euch diesen super hässlichen Fisch an. Was ist das? Ihhh! Oh Gott! Sieht aus wie Wurren. Oh mein Gott! Sieht aus wie Tentacle-Born. Weißt du, ich hab gestern... Sieht aus wie Tentacle-Born. Ja, Mann, ich hab irgendwie eine Stunde mit dem gerasselt, und dann zieh ich den endlich aus dem Wasser, und was ist es? Ihhh! Prima, wirklich gut! Stütz deine Waffe auf eine Deckung auf. Triff die Ziele hinter der aufgespitzten Spannung. Dieses Ziel ist gepanzert. Achte auf das Geräusch brechen! Hörst du das? Das bedeutet, dass die Panzerung Geschichte ist. Verbündete Ausrüstungslieferung unterbinden! Oh, hinterm Lucksack. Ja, ist down. K.O. Oh. Da. Ja. Jo, auf K.O. Und einer war noch auf der anderen Seite vom Flugzeug. Hallo. Fuck. Meine Muni war alle. Wo ist der? Ja. Äh, Spock, grad vorne, vorne. Copy. Ja, ist noch einer. Fuck, das ist eine Burst auf der Mann. Kann man die... Gefangenen-Cutscene überspringen? Ja. Oh Gott. Teammitglied wurde in den Gulag geschickt. Oh nee, du bist so was gekillt. Ja. Ich hab schon 2 Kills. Ich hab das ganze Team gekillt. Voll nice. Ob die behindert sind, hab ich gefragt. Ich bin grad an 3 Leuten vorbeigelaufen. Und lol. Was ist denn grad passiert? Haben die dann die Runde gesprengt? Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Los. Hä, was haben die gemacht? Ein Typ hat sich selbst in 2 weitere Leute mit nem C4 gesprengt. Ich war einfach rein und sie dann halt hüben liegen. Ey, Reni spielt Titsch. Ey, wir haben einfach mal alle gepinkt. Mich hat ein Typ fünfmal mit der Shotgun angeschossen. Dann hat mich kein einziges Mal getroffen. Was ist denn los mit denen? Nein. Ey, lass mal aufs Dach. Der ist ein cooler Engel. Oder ein... Ein cooler... Die killen sich selbst gegenseitig wahrscheinlich, bis wir da angekommen sind. Ja. Drei Leute sind tot. Oder die Ash-Rush-Draw. Junge, drei Leute sind schon tot. What the fuck? Lass mal hier rein. Ja, ich mach auf. Nee. Oh. Ja. Bandeltrepp hab ich im Blake, ist safe aktuell. Ja, hier ist jemand über mir. Oh. Bandeltrepp ist nicht mehr safe. Oh fuck. Ja. Oh mein Gott. Hey Stefan, da ist jemand. Null. Stefan, was ist das für ein Roboter? Er ist für ein Drone. Die sind beide absolut riesig. Oh mein Gott. Was ist das? Er hat dann noch Stefan. Alter, yo. What? Was habt ihr da gerade getan? Die Leute hat das arrestiert. Ich glaub, ich glaub ich soll da nicht. Ich sollte nicht pushen da. Oh, jetzt ist es da. Null. 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 Kapkan. Dieser Kapkan war so gut ey. Erstmal an der Konkurschen. Das ist die Konkurschen. Konkurschen und dann rückwärts in die Kapkan. Ich hab halt ne komische Sniper und ich weiß nicht mehr welche das ist. Heart of the beast heißt die. Unter mir ist halt die ganze Zeit eine, aber ich komm nicht runter um irgendwas zu looten. Ich versche rüber. Oh, jemand anderes sieht. Downed. Kannst du ihn finishen? Da drin? Oh, hi. Ja. Danke. Lol. Bounty Target war das sogar. Ich hab ihn gewoneshottet. Über mich so weiter. Nee. Unter mir. Unter dir schon eher. Ich seh aber... Bei mir. Teamwiped. Nice. Ich hab mehr Steps. Kannst du rauskommen? Ja, bei mir. Ja, danke. Oh, da im Fenster. Hab ihn. Lol. Headshot. Crossbow. Du bist bei mir immer noch... Du bist bei mir immer noch Genock. Ich kann dich wahrscheinlich wiederbeleben, oder? Ne, kann ich nicht, aber bei dir ist das Genockzeichen. lol der zwerg hat mir gerade gesagt ich habe all das zeug also was er im shop anbietet aber all das zeug von der oberfläche ich hole es mir einfach in der nacht von deinen leuten das klingt irgendwie bedrohlich was ist dieses konzept von privateigentum von dem du sprichst die trinkflasche klingt wie ein sehr hoher trompeten gebt ihr das die kommen hoch von der treppe bleib hinter der wand nice bleib hinter der wand wir müssen den diffuser holen schnell ne was denn immer noch kein audiosprincher ja doch ja sagst du nur einmal was ein guter ist du hast doch letztes mal einen benutzt der perfekt funktioniert er hat ich höre nichts du musst dir die antwort weiterleiten stimmt er sagt es ich will wieder zu dem anderen eigentlich aber im gang geh ich bleib hier bei dem spot das habe ich im wegfaust da geht auch nicht hin da kommen so viele leute ich habe drei leute defuser da schon geblindet ich habe alle ich weiß ich würde meine mine schmeißen sollen ja lass mal ich habe keinen bock unten zu sein man ich auch nicht ich will hier mothafucka 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 ah jamesa secured und und shot ach hallo nein mega gut guck mal bitte monitor 2 oh mein gott Junge geh doch mal raus bei mir ist das schlimmer als das eine übertragung ist übrigens ja ja das weiß ich oh ne ich geh raus ich find's gut oh dass ich daneben bin wollte ich grad sagen aber jetzt ist er weg oh ok cool ich habe zweimal die gleichen dokumente bekommen neverman dreimal what ich habe eine versicherungsbescheinigung ich habe eine versicherungsbescheinigung für meine namen und ich habe eine bescheinigung die sagt dass ich versichert bin nice nice ah don't move ja das ist gut ich habe eine bombe gefunden aber ich sehe sie angeblich nicht obwohl ich direkt daneben stehe ja soll ich mal reinschießen guck mal in meine bitte guck mal kurz in meine cam was ist dieses spiel warte welches noch das ist zu nah fürs spiel du bist einfach in der hitbox wo ist die letzte wo ist die letzte ich schau jetzt mal bei den bombenspots ja ich kann in dem hallway in dem wende vor lol oh mein gott bist du von oben her wie runtergehebt ja und hab mir handshot gegeben guck dir das an lol hey aber mach ein replay von e ja hab ich gemacht hey hey oh gott alter oh gott da kommt er von links hä und von rechts ich wurde aber umgedreht hä das hast du mir gemusst wo wo alter der oh mein gott mega